Ich wollte dich haben, aber auch keinen Einfluss. Ich empfehle mich durch das Einfluss, dass du schalt, was du leidest. Und was der Job zu meinem Leben ist. Amanda lacht immer, rollt sich immer auf den nächsten Durchgang. Und wisst ihr immer, oh, ich guck dir das so und Alex lacht ja so. Und ich mach mal lieber so. Und auch hier, dann mach ich das was hier. Das ist immer sehr, sehr schön. Amanda, Tabletop-Versuch! If you want to die, Jesus Christ eigentlich. Da löst man sich beim Tabletop mit einer Hand von der Gabel und geht dann eigentlich wieder zurück. Das hat nicht ganz geklappt, aber bis dahin war es schön. Sehr schön. Aber ich sage, Amanda ist so eine frohe Natur, das ist so klasse. Und hier oben stehen sie, lacht die ganze Zeit, freut sich einfach nur über diese ganze Aktion hier, über diesen kompletten Ocean Jump, die ganzen Ideen, diese ganze geile Veranstaltung. Ich weiß gar nicht, was sollst du denn probieren, Amanda? Der, der ist komplett, der hat gesagt, Mach mal einen One-Handed-Back-Loop. Natürlich. Natürlich. Ja, dann bitte. One-Handed-Back-Loop-Versuch von Amanda jetzt im fünften Durchgang. Guter Tipp, sie sagt einfach okay und startet sie im fünften Versuch. Wir wollen sehen, ob der One-Handed-Back-Loop klappt. Das war One-Handed-Back-Loop-Versuch, würde ich sagen. Aber der Versuch ehrt, großartig. Hast du öfter mal so gute Chips, Alex? Das muss an der Erklärung gelegen haben. Aber sehr schön. Amanda, todesmutig. Besonderen Applaus bitte für Amanda Bene. Yes! Musik 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 Bis zum nächsten Mal.